Hahahaha Oh! Oh! Hier ist er! Nein! Hat der? Bam! Ich bin bei dem Lerf! Bam! Falls ihr mich und den guten alten Alarm kostlos uns unterstützen wollt, könnt ihr das gerne im Itemshop machen. Da könnt ihr Standard-Skill-OL als Creator eintragen. Vielen Dank, Freunde, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Dauert genau eine Sekunde. Also sagt, macht kein Auge und helft den guten Alarm ab. Neues Parcours, Leute. Wie gesagt, etwas leichter vom Skill her Standard. Zumindest mal schauen, ob es noch wirklich leicht ist. Ja, wo fängt es an, Leute? Wir müssen Spiel starten drücken, ne? Ich drücke mal Spiel starten. Ah, das sieht cool aus. Okay. Ah, GL, oder? Echt jetzt? Ja, ab geht's! Oh mein Gott, okay. Ah, wieder? Oh Gott! Wir haben ja nur ein Leben! Ach so, stimmt, diese Elektroschalen. Ja, ja, ja. Oh mein Gott! Alter, das war wie ein Dings auf Skateboard. Hä? Wo müssen wir jetzt lang? Ich bin auch hier! Jungs! Juhu! Da bin ich gar nicht! Du musst ein Eis mehr holen, das geht nur mit Eis! Ey! Nur mit Eis, Jungs, ey! Du musst das doch richtig machen hier! Komm, Jungs, das ist easy, Digga. Wenn wir jetzt nicht und keine Ahnung sind, Bruder. Das war wahrscheinlich easy, oder, Stanni? Du hast gar keine Eisfüße, so ne Scheiße! Ja! Ja! Ja, ja, genau! Jetzt und! Ja! Geil! Das hab ich geil gemacht! Das hab ich geil gemacht! Komm, T! Jetzt zeig mal den, Bruder! Oh, 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 oh! Du musst die, äh, von Anfang an Boost mitnehmen! Das ist ein bisschen schwierig, weil du musst die Lücke finden! Die Lücke! Ja! Da ist er! Ja! Ja, ja, hoch! Ja, hoch! Ja, hoch! Ja, hoch! Du, ey! Hä? Doch, doch, das geht! Ich probier's nochmal! Ich bin Out of Map gefallen, was ist das für ne Scheiße jetzt hier? Er muss respawnen! Mann, ey, das ist mach ja gut! Warte, jetzt, 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 ich merk schon! Mann, die, mach kein Auge, mach kein Auge! Ey! Ey, ich bin runtergefallen! Ey! Ich wollte mal die Mordach aktivieren, Digga! Ja! Wir sind so fucking groß! Achso, wir können uns ja gegenseitig umhauen! Nein, guck mal, hier! Gar nicht, hier, schau! Mach! Zeig, zeig! Der Pro! Schau dir jetzt, Digga! Nein, nein, hör auf! Ah! Genau, genau, ja! Ich weiß nicht, ja, ja! Du musst X drücken, wenn du da springst! Ja! Wie weit ich hochkomme! Digga! Hier muss man hoch sein! Da musst du X! Ja, jetzt, X! Ja, genau! Ja! Voll easy! Lol, Digga! Lachen die so! So ein, ein und reich, Digga! So ein, ein und reich, Digga! Geil, Digga! Oh mein Gott, first try und... Oh mein Gott, guck dir an, was er macht! Was macht der? Nein! Hütte ich noch nicht! Nein! Das war mal zu lustig! Ich mach's nicht mehr, tut mir leid! Der Endgegner! Och Bruder, ich komm da nicht mehr hoch! Jaaa! Ich hab keinen Bock wieder, Leute! Oh mein Gott! Nein! Du solltest ein schlechtes Gewissen haben! Du musst ja ein schlechtes Gewissen haben! Jungs, links oder rechts? Ich geh hier lang! Ich geh hier lang! Ich geh einfach mal hier lang! Oh mein Gott, Jungs! Oh mein Gott! Was hat den richtigen Weg gewählt? Halt! Das war's wieder komplett, Alter! Ja, locker! Ja, ich hab sogar noch Eisschuhe an! Die wollen einfach richtig in die Falle rein katapultieren! Ha! Monchi! Das war der Standard! Ich lieb den Tanz, Digga! Ja, ich lieb das Klatschen, Digga! Ja, das Klatschen, genau! Los geht's! Oh, 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 okay! Hier, ein bisschen Feinarbeit, Jungs! Lass mich vor! Okay! Warte! Ja! Shandi! Oh mein Gott, Jungs! Höhen am Schiff! Oh mein Gott! 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 Hey Monchi, komm! Hey! Ey, die Map will mich verarschen! Jetzt endlich, Alter! Mann Monchi! So ein Abfucker, Digga! Oh, wie schwer! Ich hab auch gefett fingert, Mann! Bruder, das war so einfach, dass ich einfach zu weit gerannt bin! Ich dachte, dass ich hier weiter... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ja, ne, hier unten ist einfach nur eine Treppe gewesen! Da ist der nächste Stand! Warte, ich helfe dich vielleicht auf Kampf? Warte! Oh mein Gott! Genau, war kaputt! Jetzt war dort! Pass auf, warte! Ah! Ja! Warte! 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 Das ist gleich, aber das ist jetzt glaube ich todeschwierig! Den fand ich auch schwer, ja! Warte, warte! Warte, warte! Pass auf! Es ist... Nein! Es ist unmöglich! Also, fuck! Es ist einfach irgendwie unmöglich! Puh! Das ist möglich, pass auf! Möglich ist dann nicht, Digga! Vielleicht muss man da nicht so viel anbauen! Weil von Entfernung ist er nicht so weit... Ja, kann sein! Der ist in Ordnung, aber der ist schon... Sie sind alle easy hier! Der geht glaube ich gar nicht! Probier's mal! Doch, 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 doch! Der Mist! Oder soll man von hier... Ah! Jungs! Soll man vielleicht von hier... Da rausspringen? Nein! Das glaube ich nicht! Aber könnte sein... Boah! Ne! Karma kommt so... Ja, ich weiß! Es hätte sein gedacht! Nein, kein Digga! Ich glaube es geht sogar wahrscheinlich! Aber man muss es glaube ich auch so schaffen! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Er ist geschafft! Nichts ist unmöglich! Toyota! Oh! Ja! Er hat es geschafft! Nein, der hat den ersten Checkpoint durch! Das heißt, wir können nicht mehr abpacken! Warte! Oh! Der ist einfach! Der ist einfach! Der ist einfach! Der ist einfach! Warte, ich bin gleich gespannt! Bei Montino! Mit viel Anlauf! Oh mein Gott! Ja! Checkpoint! Ja! Viel, 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 viel mehr! Warte, warte! So ist gut eigentlich! Oh! Oh mein Gott, Digga! Ja! Wie viel, drei Noobs, Digga! Jo! Jo! Erfolgserlebnis, Leute! Erfolgserlebnis! Weiter geht's! Okay! Was geht jetzt ab, Digga! Das war nur die erste Station! Wir haben so viel, so viel! Links oder rechts? Komm, Jungs! Alle! Ich war links, ich sag nochmal links! Ich sag links! Ich sag rechts! Dann sag ich rechts! Ich geh nach links! Ich geh nach links! Nein! Ja! Ich vertraue lieber der Monte, Digga! Besser ist das! Okay! Ey! Stand hier die alte rechtsradikale Sauen und rechts! Nochmal links oder rechts! Jetzt glaube ich rechts! Oder? Das kann vielleicht wieder die Psychologie dann und wir müssen wieder nach links gehen! Was sagst du, Monte? Ich glaube sogar wieder nach links! Ich sag rechts! Ich sag links! Ich auch! Ich auch! Nein! Ja! Charlie, du hast mich weggekickt! Oh mein Gott! Das ist eine Falle hier! Oh mein Gott! Das ist eine Falle hier! Ihr wolltet mir vertrauen, was Links angeht! Ja! Okay! Jetzt links! Jetzt links! Jetzt links! Nee! Jetzt ist eine Falle! Oh mein Gott! Er hat wieder recht! Lol! Ey! Ihr habt mich drüber geschoben! Nein! Eis! Oh mein Gott! Nein Jungs! Wie soll man das überleben? Ach du Scheiße! Wie soll man das mit überleben? Das geht doch gar nicht! Muss groß! Warte! Lass mich mal voran! Lass mich mal voran da! Ja? Ja geh voran! Ja! Ja aber es geht! Es geht! Ja ja! Das ist doch... Nein! 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 Ich hab's geschafft! Ich bin da! Checkpoint! Nein! Ich bin auch Checkpoint! Ja! Echt Mann! Alter gekickt! 0! Ich komme nicht mehr raus, Jungs. Nein, 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 nein. Ich habe wahrscheinlich den falschen Weg gewählt, oder? Ich komme nicht mehr raus. Shani, hilf mir. Hilf mir. Angel mich hier raus. Angel mich bitte hier raus. Ja, okay, warte. Och nein. Digga. Bruder. Angel mich doch hier raus, Mann. Welchen Weg seid ihr denn bis jetzt gegangen? Mitte. Ich gehe jetzt einfach in die Mitte. Ich bin auch in die Mitte. Mitte ist nicht. Mitte ist nicht. Okay, das geht längs. Ich gehe auch längs. Links ist richtig. Ja. Links ist richtig. Jetzt werde ich sagen. Mitte. Oh Gott. Mitte ist auch richtig. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, links. Ey! Oh, wait! Du kleiner, ein 30er, Shani. Was ist das hier? Lol. Das ist tot. Du hast auch keinen Checkpoint, Monty. Das war's in der Kopf, ey. Doch, ich habe keinen Checkpoint. Ach so. Klar. Komm, Shani. Oh mein Gott, man braucht ja wirklich hier... Puh! Das war's komplett. Aber jetzt, guck mal, Profi, Profi. Nein! Sauber, Shani. Ehre. Oh. Oh mein Gott. Guck dir an, wo ich bin. Nein, ich fall wieder da runter. Die Letzte, die Letzte, die Letzte. Ich habe ein Emote gemacht, jetzt fall ich runter, deswegen. Nein. Ja! Ja! Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Du kannst ja nicht immer auf die Kameras machen. Okay, jetzt guckt ein Profi zu. Pam! 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 Ja, das war's wieder komplett mit Profi, Digga. Ja, auch gut, der Karma kommt wieder zurück, Digga. Das war's wirklich. Hier ist er! Nein! Hat der? Nein, nein. Hat der? Achso, okay. Komm, Monty. Bam! Monty hat's geschafft. Ehe. Ja, aber ich hab's nicht geschafft. Ich hab's nicht geschafft. Nein, Alter, ich mach's gleich. Ich will nur von hier oben einmal Logi-Logi machen. Pam! Okay. Ich merke schon, die Bam-Formel ist für mich schlecht. Ja, ja, die Bam-Formel ist es los. Bam! Bam! Ja! Oh mein Gott! Bam! Ja! Ja, warte. Du musst doch mal Bam! Bam! Ja! Ja, ja, ja! Bam! Bam! Ich bin Digga, man ist bei dem Lärm. Bam! Hast du es geschafft? Ja, hier ist aber... Hä? Hier sind Fallen. Nein. Was soll ich jetzt hier machen? Hä, was soll ich jetzt hier machen? Ja, ich muss bestimmt hier hoch. Ich fahr hier. Guck mal, was ich jetzt mach. Mach alles schnell durch. Oh mein Gott, Jungs, Leute, da hast du mich direkt ein Checkpoint, direkt ein Checkpoint. Jetzt. Oh mein Gott. Oh, ich war leck gewesen. Ich hab' kein Bock mehr. Ja, 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 es ist schon... Oh, nee. Jetzt wollen. Das war's. Das war's auf jeden Fall mit dem Video. Zeig mal, zeig mal, ich will's auch mal probieren jetzt. Nein, das war's, das war's auf jeden Fall. Wieso? Komm mal nicht zum Checkpoint. Nein, Digga, nein. Irgendwie nicht, irgendwie gar nicht. Irgendwie einfach gar nicht. Ich hab' jetzt gar nicht direkt aufgehauen. Doch, ich bin mal... Nein, nein, nein. Oh, ich war mega stimmig. Ich war so knapp. Du wirst es nicht schaffen, Staddy. Egal, was du probierst. So, doch, doch, das schafft man. So, jetzt. Ich hab' gerade getrunken. Ansage, Ansage. Hol' einen Euro, warte. Ja. Ja, haha. Doch, schafft man, schafft man. Safecall. Doch, doch, man schafft man, schafft man, schafft man, schafft man, schafft man, schafft man mit'n Gleiter. Hallo, hier haben wir's? Ist da ne Tür? Lol. Nein, Digga, wir haben, wir haben nen Stein kaputt gemacht. Immer noch nen Stein. Ja, Montel. Ich hab's auch geschafft. Ey, wir müssen hier durch. Und jetzt gibt's... Hier sind fallen, hier sind fallen, passt auf. Die rechten fallen. Okay. Lol. Oh mein Gott. Hier ist ein Bouncer. Nee, das war's dir komplett. Wir wüssten nicht gleich, wo lang geht. Hallo. Wird schon weiter? Ja. Alter, wie groß ist denn die? Aber es ist ein geiler Einfallstil, Digga. Okay, das ist echt krank, das ist echt heftig. Das müssen wir gleich nochmal verfallen, Digga. Auf jeden. Aber warte. Wie kommt man... Wo ist denn hier der Ausgang? Warte, hier außen. Ah, ich seh... Ah, ich glaub, man muss sogar die fallen auslösen, sonst schafft man das nicht. Hallo. Nein, hier ist irgendwas. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Wir haben's geschafft. Ich hab's auch geschafft. Oh mein Gott, ja. Ey, das ist echt krasses Dingschen, ne? Jungs. Das ist schon cool gemacht, ja. Eins, zwei oder drei. Wer kennt das Spiel auch, Bruder? Die Eingänge sind egal, aber... Ja. Ja, Digga. Abfahrt! Oh, Monte, was sagst du? Ich sag, ich sag. Ich sag nicht! Ich sag nicht! Ich sag nicht. Klar, das ist überall ne Falle. Ja, wo muss was verstecktes in dem Raum sein? Sicher? Ja. Keine anderen? Warte mal, ich mach mal ganz kurz mal auf Sneepy. Nee, gibt's gar nichts verstecktes. Nee. Weil hier sind wirklich nur feines, das muss wirklich einen anderen Ausgang noch geben. Ja stimmt. Vielleicht hätte man einfach hier kurz für 10 Wände was abschlagen und sich hier hochbaut. und dann geht es hier oben weiter so aus als wenn sie weiter geht ja ja das ist ja auch einfacher ja aber komisch ich glaube dass ich so gemacht habe ich noch mal zurück an allemal richtig leute welche wählen wir hier ist der fall auf jeden fall war dabei ich will wieder zurück ich will wieder zurück was ist denn hier los guck mal nach oben wie es aussieht nein ich bin gestorben nein kein bock mehr müssen wir jetzt echt diesen weg der wieder von euch machen ja müsst ihr also ich baue außenrum ja ja wir haben das einfach mega geschafft guck mal wie weit der parkour noch geht ich gehe einfach ich überspringe das hier ja da oben steht gg danke ja ja guck mal hier der gas geht links weiter nein hier links geht es weiter das ist das letzte das muss ich auch gar nicht mehr höre ist das letzte das ist das letzte doch also wenn wir jetzt hier rechts gehen müssen ich mach das hier oha guck mal dass das hier machen wo denn das hier das einfach das ist ja glaube ich zumindest ja es ist halt echt so frechtiger okay das ist ja okay aber wir haben es geschafft ich habe es geschafft mit bauen da hat er die rechnung ohne uns gemacht da hat er die rechnung ohne uns gemacht wir haben die rechnung ohne uns gemacht im